Leute, sehen wir gerade den Breakout von Bitcoin in Richtung 41.000 US-Dollar? Gestern hatten wir noch explizit über den bevorstehenden Bitcoin Short Squeeze gesprochen. Jetzt setzt er ein. Ich habe eben neue Long-Positionen eröffnet. Wieso, weshalb, warum, wie es für diese Coins weitergeht. Bitcoin, Ethereum und Elrond erfährst du im heutigen Video. Dazu natürlich jeweils eine Chart-Analyse. Von daher unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Falls dir das heutige Video gefällt, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Wertung freuen. Falls du neu bist auf der Crypto Wall Street, gerne reinabonnieren und jeden Tag bestens up-to-date rund um das Thema Crypto und Trading sein. Wir verschwenden keine Zeit, legen direkt los. Let's go! Und damit wieder einmal herzlich willkommen hier auf der Crypto Wall Street. Dein Kanal für täglich brandaktuelle Analysen rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Und Leute, aktuell sehen wir einen Pump hier auf dem Crypto-Markt. Diverse Altcoin-Projekte legen ordentlich zu. Und vor allem sehen wir gerade den Retest, erneuten Retest unserer Range-Unterkante hier bei Bitcoin bei 40.500 US-Dollar. Werden wir das Ganze durchbrechen können? Darüber werden wir jetzt sprechen. Im gestrigen Update-Video hatten wir explizit noch über diesen bevorstehenden Bitcoin Short Squeeze gesprochen. Jetzt setzt er ein. Schauen wir uns kurz einmal die Liquiditätslandschaft von Bitcoin zu Beginn an. Da hatten wir ausmachen können, dass wir interessante Medium-Leverage-Short gehebelte Positionen hier bei knapp 40.580 US-Dollar respektive 40.660 US-Dollar hatten. Mit diesem Pump haben wir diese jetzt erst einmal abgegriffen. Und ebenfalls aus der Liquiditätslandschaft heraus konnten wir feststellen, dass aktuell die Shorts maximal at risk sind. Mit diesem Pump werden diese gerade aktuell abgebaut. Der Short Squeeze setzt ein. Doch aus meiner Sicht könnte dieser noch ein bisschen weiter gehen. Bis wohin, das werden wir jetzt genauer analysieren. Denn wenn wir uns einmal das Ganze hier anschauen, haben wir weiterhin die Shorts hier at risk. Aktuell 294 Shorts versus 259 Longs. Wir sehen aber aktuell auch weiterhin in diesem Fall diese interessanten Spikes. Wenn wir einmal die Granularität hier ein bisschen hochschrauben in diesem Fall, sollten wir diese Liquiditätslevel noch ein bisschen genauer sehen. Und das nächste Interessante liegt wirklich bei 40.920 US-Dollar. Was trennt uns aber von dieser Marke, hatten wir ebenfalls gestern explizit darüber gesprochen. Nachdem wir unter diese Range-Kante von 40.500 US-Dollar gefallen sind, haben wir erstens natürlich einen schönen Liquidity Long hier wahrnehmen können, exakt bis unserem Take-Profit-Target halten können. Die letzten profitablen Trades kannst du alles hier ebenfalls auf BingX in der Historie noch einmal nachverfolgen und natürlich auch in diesem Fall die aktuellen Positionen einsehen. Von daher, falls du noch nicht Teil bei BingX bist, schau gerne einmal in der Videobeschreibung. Kostenlose Registrierung ohne KYC, ohne Know-Your-Customer Information, ohne Verifizierung möglich. Und du hast ebenfalls die Möglichkeit, jetzt aktuell über 10.000 US-Dollar an Trial-Fund dazu noch zu bekommen. Von daher, definitiv da mal vorbeischauen. Und du kannst mich natürlich hier auf BingX dann auch kopieren. Alle meine Trades, alles vollkommen transparent. Schauen wir uns das Ganze jetzt an. Wir wurden erst einmal rejected, doch dann hatten wir feststellen können, gestern, wir sind erneut in ein Gesamtkorrekturlevel in diese Range reingefallen. Wenn Bitcoin tatsächlich den nächsten Aufschwung wagen möchte, dann müssen wir dieses Level halten. Sollte dieses Level nicht halten, wir dieses unterschreiten, rechnen wir noch einmal mit einem Retest dieser Tiefs. Wir warten auf die High Probability Trades und Leute, der ist jetzt eingetroffen. Wir haben hier eine wunderschöne Konsolidierung oberhalb unseres Wendebereiches gesehen. Wir sind nicht nur einmal, auch ein zweites Mal reingestochen. Und jetzt gerade eben haben wir tatsächlich, wenn wir in die kleineren Timeframes reingehen, hier diesen Breakout erst einmal hingelegt. Damit habe ich mich entschlossen, eine neue Bitcoin-Long-Position zu eröffnen. Entry war in diesem Fall bei 40.225 US-Dollar. Aktuell liegen wir bei 40.592 US-Dollar. Wo werde ich denn letzten Endes diesen Bitcoin-Long schließen? Das maximale Level, Leute, wenn wir da einmal in die größeren Timeframes reinkriechen, dann ist das maximale Level, bis wohin ich erhalte werde, diese 43.762 US-Dollar-Mark. Ist das ein Gegengesetzte-Korrektur-Level? Doch vorher gibt es natürlich noch einige weitere Targets. Aktuell stehen wir wieder an einem dieser Targets, natürlich diesem Widerstand. Wir müssen den erst einmal überwinden, Leute, um von weiteren Kurssteigerungen ausgehen zu können. Hatten wir auch dieses Szenario gestern gesprochen. Nächste Long-Möglichkeit sehe ich in diesem Fall in diesen Regionen. Wenn wir hier letzten Endes rüberbrechen, konsolidieren, hier liegt auch der 200er IMA aus der Stundensicht. Eine weitere Möglichkeit hatten wir auch besprochen, Leute. Sollte es tatsächlich jetzt noch einmal zu einem kleinen Rücksetzer in diese Region kommen, haben wir ganz klar jetzt auch nach SK-System eine neue Struktur aktiviert. Das zeichnen wir uns hier einmal gemeinsam ein. Und da liegt das aktuelle neue Wende-Level hier in den Regionen von 40.090 US-Dollar runter bis 39.883 US-Dollar. Dementsprechend auch zum Trade-Management meiner aktuellen Position werde ich natürlich meinen Stop-Loss, beziehungsweise habe meinen Stop-Loss hier unterhalb dieses Wende-Levels gelegt. Sollten wir diesen brechen, Leute, macht euch darauf gefasst, dass wir diesen Retest dieser Lows noch einmal sehen. Aktuell die Struktur spricht aber erst einmal für weiterhin steigende Kurse. Und wir schauen uns einmal an, wo dieses Ziel-Level liegt in diesem Fall. Wenn wir das einzeichnen, dann kommen wir exakt in diese Region, über die wir gerade gesprochen haben. Maximale TP 42.720 US-Dollar hoch bis zu 43.458 US-Dollar Marke, was dann wiederum mit der Range-Oberkante wunderschön in Konkurrenz liegt. Schauen wir uns ebenfalls noch einmal kurz die Liquiditätslandschaft hier von Bitcoin an. So sehen wir weiter Medium Leverage Short, also Medium gehebelte Position bei 40.800 US-Dollar liegen und 40.921 US-Dollar mit diesem Pump sind jetzt aber erstens kurzzeitig ein High-Leverage Long hier bei 40.396 US-Dollar reingekommen. Gut möglich, dass wir dieses erst abgreifen, ehe wir dann diese Continuation in dieser Region sehen. Wenn wir uns das Ganze hier anschauen, die Binance High Block Capital Chart, BTC 7-Tageschart, dann sehen wir aktuell über uns liegen in den Regionen 40.700 Liquiditätscluster als auch 41.500 US-Dollar. Und wenn wir in den Timeframes weiter hochschreiten, im Ein-Monats-Shart, haben wir Liquidität in den Regionen 51.000 US-Dollar. Aktuell gehe ich von diesem Szenario nicht aus. Das Szenario, was ich weiterhin ins Auge fasse, ist natürlich, dass wir natürlich diesen Bounceback reinbekommen, aber diese Korrekturphase definitiv noch nicht zu Ende ist und wir noch einmal tiefere Kurse sehen sollten bis in die Region von knapp 34.000 US-Dollar. Wieso, weshalb, warum? Nicht nur aus SK-Systemen macht das Ganze Sinn, nein, auch aus der Liquiditätslandschaft wiederum aus 3-Monats-Shart-Sicht haben wir die meiste Liquidität, wirklich ein Batzen an Liquidität zum Abgreifen für die Market Maker bei 35.200 US-Dollar und dann letzten Endes maximale Liquidität 34.200 US-Dollar runter bis 33.600 US-Dollar. Bevor wir jetzt gleich weitermachen mit der Ethereum-Analyse, wo ich natürlich ebenfalls eine Long-Position eröffnet habe, natürlich der wichtige Hinweis am Rande. Schauen wir uns das einmal an. Unsere Telegram-Gruppe, vollkommen kostenlose Möglichkeit für dich, findest du ebenfalls den Link dazu in der Videobeschreibung, dich auszutauschen mit mittlerweile fast 3.000 Mitgliedern, Kryptoanalysten, Investoren, Trader, als auch mit mir in Interaktion treten kannst. Jede Menge Mehrwerte findest du dort ebenfalls. Unterhalte ich dich natürlich auch stets zwischen diesen Videos up to date. Und ein weiterer wichtiger Hinweis ist letzten Endes das letzte Altcoin-Video. Falls du ein Gesamtbild für die gesamte Lage für den Altcoin-Markt einmal suchst, dann schau dir unbedingt folgendes Video von gestern an. Da wirst du definitiv fündig. Und wir sprechen natürlich auch gleich noch über einen weiteren Altcoin wie Elrond EGLD Multiverse X. Lasst uns aber erst einmal kurz weitermachen mit Ethereum. Wieso habe ich mich jetzt dazu entschlossen, eine Long-Position zu eröffnen, Leute? Dieser High-Probability-Trade hier in den Regionen, die ich gestern durchgegeben habe, 2.119 US-Dollar, ist für mich aktuell eher unwahrscheinlicher geworden, dass wir noch einmal diesen Dip runtersehen. Wir haben am gestrigen Tag, ihr seht es, noch einmal den Retis des letzten Tiefs gesehen und haben jetzt soweit erst einmal gebounced. Sind ebenfalls noch einmal kurzzeitig zurückgekommen. Doch rein nach Regelwerk müsste es so laufen. Beziehungsweise müsste jeder wissen, dass es so laufen kann. Es ist nichts garantiert, aber wir haben diese Struktur hier ausführlich gestern besprochen. Von daher, falls du den gestrigen Fahrplan nicht kennst, auch da noch einmal in dem Video vorbeischauen, dass wir diese bärische Sequenz ins C-Level getragen haben. Und diese Sequenz in sich selber ist sehr instabil. Das heißt, sie hat vielleicht gar nicht diese Kraft, die nötige Kraft, um das Ganze hier noch einmal in diese unteren Regionen vorzustechen. Und dementsprechend gibt es hier die Möglichkeit, dass wir erst einmal diese Erholung frühzeitig sehen. Denn soweit ist das Potenzial dieser Struktur ausgeschöpft und die Bären haben Profit-Taking definitiv hier in diesen Regionen durchgeführt. Und das nächste interessante Target aus Bären-Sicht, haben wir auch gestern bereits gesprochen, daran hat sich nichts geändert, ist weiterhin jetzt das Gesamtkorrektur-Level 2442 US-Dollar hoch bis 2534 US-Dollar, wo dann erst wieder einmal Verkaufsdruck reinkommen sollte. Auch aus der Liquiditätslandschaft, wenn wir uns das noch einmal anschauen, haben wir aktuell die Liquidität über uns liegen in Ethereum. Auch hier sind die Shorts at Risk vor allem in die hochgehebelten Short-Positionen, wie unter anderem bei 2287 US-Dollar, 2357 US-Dollar und 2418 US-Dollar, was ebenfalls noch einmal diesen aufsteigenden Fahrplan hier für mich bekräftigt. Wenn wir uns das einmal untergeordnete anschauen, könnten wir tatsächlich auch hier, wie in Bitcoin, eine neue Sequenz aktivieren, in Form von rein spekulativ erst einmal eingezeichnet. Diesem Konstrukt brechen wir letzten Endes, ganz wichtig für diejenigen, die neu mit dem SK-System arbeiten, wir müssen dieses hochbrechen, um diese Sequenz zu aktivieren, um sie valide letzten Endes auch behandeln zu können und auch weiterhin dann traden können, BC-Korrektur-Levels, Wiedereinstieg-Level etc. Dementsprechend, was wir jetzt brauchen, ist den Bruch dieses Hochs bei 2264 US-Dollar. Dann ist es noch viel wahrscheinlicher, dass wir erst einmal in die Region mit einem Zwischenstopp bei 2327 US-Dollar hoch bis 2364 US-Dollar landen werden, ehe hier noch einmal eine Rejection erfolgen sollte und dann die Continuation in diesen interessanten bärischen Verkaufsbereich. Das Ethereum, wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, nutze gerne die Kommentare unterhalb dieses Videos oder, wie eben durchgegeben, join gerne unsere kostenlose Telegram-Gruppe, da wird dir ständig geholfen. Last but not least, Elrond, denn auch hier habe ich eine weitere Long-Position eröffnet, aktuell mit 4% in the Profit. Schauen wir uns das Ganze einmal kurz an, was ist mit EGLD, MultiverseX hier passiert. In diesem Fall hatten wir gestern ausführlich darüber gesprochen im Altcoin-Update-Video. Die Altcoins sind jetzt in ihren interessanten Wendebereichen wieder angekommen. Wir hatten VeChain als Beispiel, Cardano als Beispiel, Wir hatten Polygon Medic als Beispiel und, und, und Avalanche und auch einer dieser Altcoins, die jetzt in seinen Wendebereich reingestochen sind, ist letzten Endes EGLD. Wir haben letzten Endes das Tief, Bärenmarkt-Tief hier in den Regionen von 22 US-Dollar gebildet. Danach gab es einen massiven Impuls hoch bis an die 77 US-Dollar, fast eine Vervierfachung des Kurses und jetzt mit dieser Korrektur in Bitcoin und den Altcoins haben wir unseren interessanten Wendebereich nach Systemen angelaufen. In diesem Fall schauen wir uns mal an, wo der Markt exakt reagiert hatte. In diesem Wendebereich ist soweit erst einmal das Level 559er gewesen. Dieses habe ich noch nicht getradet. In diesem Fall habe ich jetzt erst einmal eine Position in diesen Regionen hier aufgemacht, denn aus meiner Sicht auch hier, genauso wie in Bitcoin als auch Ethereum, diese weisen erst einmal grundsätzlich den Weg. Haben wir auch hier eine schöne Konsolidierungsphase gesehen. Retests dieses Tiefs konnten nicht durchbrechen und ich rechne auch hier erst einmal mit weiterhin kurzfristig steigenden Kursen, weshalb ich diese Long-Position eröffnet habe. Schauen wir uns auch hier einen kurzfristigen Fahrplan an. Ganz wichtig zur Wiederholung, wir zeichnen diese Sequenzen in der Regel erst ein, wenn sie wirklich aktiviert sind. Nur spekulativ, wo es jetzt in diese Region hingehen könnte. Wir müssen dieses Hoch bei 51,29 US-Dollar brechen. Dann würden wir erst einmal in die Region von 55,67 US-Dollar hoch bis 57,6 US-Dollar vorstechen. Und das ist soweit erst einmal den Fahrplan, den ich für euch heute parat habe. Falls ich Mehrwert stiften konnte, du etwas zurückgeben willst, dann musst du einfach nur diesen Like-Button smashen, gerne einen Kommentar für den Algorithmus einsteuern. Und falls du jeden Tag bestens up-to-date sein möchtest mit diesen Analysen, gerne rein abonnieren und vor allen Dingen auch keine dieser profitablen Trades mehr verpassen. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Freitag, Leute. Schönes Wochenende. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.